Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo meine lieben Zuschauer, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Part von Shin Megami Tensei 5. Ja, wo die kleine Hexe hier schon wieder Gegner gefunden hat. Super, bis gleich. Danke meine Kleine, dass du mir ein paar Laben jetzt vor die Fresse gesetzt hast. Ich bin hier! Wie nennen Palamias? Ne, ausnahmsweise mal keine Gegner. Äh, so. Kurze Aufklärung natürlich immer, was ich ausgeregt gemacht habe. Ich habe hier ein paar Fusionen gemacht, darunter Valkyre, Nagaraya, Orthrus. Den Schmerz im Frost habe ich mir auch gequafnet und Alice. Ja, und die ist eigentlich sogar recht gut, wenn ihr die Fähigkeit hier seht. Zwei bis fünfmal dunkler Schaden auf irgendwelchen Gegner. Das finde ich eigentlich richtig strong. Das Schöne ist, die Valkyre, die hat diesen Blitzdrachenschlag und der Orthrus hat sogar so eine Feuerversion davon. Also ich habe jetzt auf fast alle Versionen irgendwie so einen Drachenschlag, die so mega strong sind. Und heute wollen wir uns an den Kampf von Black Frost hier genügen. Und das Schöne ist, ich kann vorher nachgucken, wogegen der schwach ist. Und das ist hauptsächlich Lichttechniken. Ich habe mein Team schon mehr oder weniger angepasst. Äh, Kurama Tango ist halt auch einfach da, weil er den Weißdrachenschlag kann. Ist aber bei ihm nicht so stark wie bei Gewalt. So, und jetzt ist es an der Zeit, ihm eine Lektion zu erteilen. Ich unterstütze die Gegenseite. Ja, ich unterstütze die andere Seite. Ja, weil du gierig bist. Weil der andere klangt vernünftiger. Die Musik, die ist richtig awesome. Ich brauche eigentlich gar nicht nachgucken, gegen was du schwach bist, weil ich weiß ja, dass ich es meinen. Ach ja, ich habe diesen Cannabis-Schirm mir auch mal drauf getan. Ich glaube, den habt ihr noch gar nicht gesehen. Äh, kann ich ja einmal nutzen. Ja, jetzt habe ich so einen Schutzschirm, der bei allen den Schaden verringert. Ja, bei dir ist es praktisch, ne? Ich kann erst mal hier... Wer von euch ist schwach gegen Schatten? Ich. Ich will auf jeden Fall einen Reflektor drauf haben. So, Weißdrachenschlag natürlich. Weil das richtig Schaden macht. Das ist ein Boss, den werde ich nicht one-hitten können. Mein Zahnbrecher klingt bei dir eigentlich auch nach einer guten Idee. Dann machst du nämlich weniger Schaden. So. Ich will mal kurz durch meinen gucken. Ist der gegen irgendwelche Effekte schwach? Kann man das gucken? Ne, ich sehe das dadurch nicht, gegen was der schwach ist. Beispielsweise nicht hier irgendwelche Statuseffekte. Also muss ich doch einmal einen Fernruf verwenden. Der ist gegen alles schwach. Toll. Ich habe deinen Angriff gerade erst gesenkt. Schwarzdrachenschlag hat mein, äh... Eine Gewalt. Insta gekillt. Super. Okay, noch einer, der diesen Angriff auf sich braucht. Äh... Ich mache mal eine Lebensperle. Oder? Obwohl, warte mal. Idun hat, glaube ich, eine Wiederbelebungstechnik. Oder? Ja, äh... Ne, hat sie nicht. Schade, habe ich vergessen, hier beizubringen. Okay, Gewalt muss ich so zurückholen. Okay, für die Zukunft merken. Äh... Den mache ich definitiv auch auf mich, sonst killt er mich instant. Schaden kann ich bei dem halt nicht verwenden. Ich kann nicht irgendwie seine... Ne... Power noch weiter senken. Es hätte keinen Sinn, den gerade zu holen, ne? Warte mal. Das könnte ich, äh... Verwenden. So, warte mal. Wir wissen ja, dass alles bei ihm funktioniert. Ich hätte gern ein Trugbild bei ihm. Das hilft er, glaube ich, schlechter. Ich vergesse immer, was die ganzen Dinger können. Ne, er verwechselt dadurch das Ziel. Trugbild war es nicht. So, warte mal. Einmal kurz Change. Ich brauche Gewalt bei diesem Kampf. So, jetzt machen wir einmal unsere Ultra-Heilung. Ach, ich liebe diese Sequenz, ne? Vor allem mit den darauffolgenden Effekten. So. Weiß Sachen Schlag. Ich muss einmal kurz diese Dunkelheits-Annulierung machen. Sonst kehrt der meinen wieder instant. So, und wenn ich schon dabei bin, was war es nochmal, was MP richtig gut gibt? Das gibt nur so ein bisschen. Es reicht, glaube ich, nicht, dass sie dann nochmal heilen könnte. Der Versiegelungszustand. Sagt mir halt nichts, äh, wofür das, äh, nützlich wäre. Müsste ich mir eventuell mal so eine Online-Liste angucken und mir das aufschreiben. Verzauberung war das, die seltener angreifen. Aua. Okay, nur seine Dunkelheitstechniken sind, äh, heftig. Kann er auch noch was anderes als den Schwarz-Drachenschlag? Aber hab ich den eigentlich nicht. Obwohl, doch, müsste meine eigentlich haben, ne? Ja, da, der Schwarz-Drachenschlag. Ist halt auch noch auf Mittel im Gegenteil zu den anderen Drachenschlägen, glaube ich. Ne, sind alle Mittel. Äh, der Kanäby-Schirm, der hilft einfach überhaupt nicht. Ich mach jetzt mal Omakatoki kritisch, damit wir alle richtig Schaden raushauen, weil der Typ, der macht ja dasselbe mit uns. So, Agamase, ist das Beste, was ich machen kann. Okay. Ich mach bei mir eine Reflexion und danach noch bei Gewalt, wenn ich dazukomm. Zack. Ach ja, der ist noch auf Items. Äh, Weißrachenschlag. Ich hab ja auch noch Mahamon, äh, äh, oder? Ja, Mahon. Damit kann ich schweren Lichtschaden einmal machen. Ich glaube aber, dass Aramasa mehr Schaden gemacht hat. So, und jetzt muss ich, äh, ihn ja auch noch damit beschützen. Bei der Schwarz-Drachenschlag killt instant. Gut, dass die Verzauberung aktiv ist. Bei der ist es ruhig in Ordnung. Bei der macht das nicht so extremen Schaden wie bei Gewalt oder mir. So, Weißrachenschlag. Ich hoffe einmal, dass er diese Runde kaputt geht, der Typ. Müsste er aber eigentlich. Ja, er ist tot. Deswegen hab ich jetzt auch meinen, äh, Idu nicht geheilt. Oh, ein Eis-Ultra. Hä, hast verloren, ne? Ja, dann gehen wir auf Pilgerfahrt. Der Schwarze Frost, der war halt auch stark, ne? Muss ich jetzt erstmal hochheilen. Puh. So, dann einmal kurz zu Dionysus rüber, ne? So hieß der. Ja, wo kam jetzt der da? Ich hab ihn besiegt. Der war ja, äh, keiner von den kurzen Hauch des Geistes. Oh, nett. Diese Hauchdinger, die kann ich immer mir geben. Hm, eine lange Reise, um besser zu werden. Oh, ich kann den mitnehmen. Äh, hab ich irgendwen in dem Typen, den ich nicht behalten will? Weil der Typ ist, glaub ich, richtig stark. Hm. Anahita ist jetzt nicht so strong. Abgesehen von ihren, äh, Höllenstrahl ist die echt nicht so stark. Wartet mal kurz. Ich speichel mir alle in der Welt der Schatten ab und schmeiß Anahita weg. So. Hab jetzt eben von allein mal eingetragen und Anahita weggeworfen. Ja, ich hab einen Platz für dich frei. Dionesus. So. Ich hoffe, der Tausch hat sich gelohnt. Wenn nicht, dann weine ich. 44. Und in was bist du stark? In Nahkampf und im Feuer. Feuer hab ich nicht so viele. Na gut, aber ich muss dir erstmal Techniken geben. Das mach ich offscreen. Und in, äh, Verzauberung ist da auch noch gut. Also den Gegner irgendwie hier Fähigkeiten anzuhängen. Also mir hat schon so einer für Rauferei an sich auch gefehlt. So, was wir jetzt übrigens dann versuchen zu machen, ist uns der zweiten Absesse heute abzunehmen, anzunehmen und diese auszulöschen. Wo komm ich am besten dahin? Da. Äh, Fähigkeiten zum einen. Und zum anderen sehe ich da mehr. Ich hab nicht wirklich Bock, gegen das Ding zu kämpfen. So. Irgendwie von hier aus müsste ich da hinkommen. Oh, da ist ne Kiste für mich. Für die Grimoires hab ich auch guten Einsatz. Komme ich von hier aus an die doofe Absesse ran? Ne, die ist ja einen höher, ne? Doch, ich komm von hier aus dran. Ha! Wartet. Ich will nur kurz, äh, Feuer, Hauch und Grimoire einsetzen. Und eventuell gucken... Das Eiswurter kann man bei der einen da oben benutzen. Äh, ich geb das gegen Frost. So, und Grimoire. Weil Alice, äh, ist leider recht schwach, weil die Viecher zum Fusionieren nicht so stark waren. Was ist denn das Vieh da rechts? Sind beides neue Viecher. Mishaguchi und Anzu. Okay, ich muss beide erstmal hier mit dem Fernrohr begutäugen. Der ist gegen Windschlag, äh, schwach. Okay, dagegen haben wir ja was. Du bist ja auch nicht bei dem Nahkampf jetzt wirklich geeignet. Eher so im Nachhinein fürs Heilen. Oh, die sind beide gegen Licht unten. Der ist sogar gegen, äh, ne, der ist gegen Licht schwach. Und die sind beide ansonsten gegen Wind schwach. Also, Kurama ist gerade richtig stark. Auf die beiden anzusprechen. Mache ich erstmal den da weg. Mit Kurama. Er kann ja mit dem Weißladenschlag auf den anderen gehen. So. Ich mach mal einen Kanabi-Schirm. Dann kriegen wir nämlich alle weniger Schaden. Und dann mach ich noch eine Schale der Hygier. Soweit ich das gesehen habe, haben die nicht wirklich hier Fähigkeiten, die Magie betreffen. Also brauch ich keine, äh, Reflexion machen. Das sind beides Nahkämpfer. So, dann geh ich mal mit Aramasa auf den auch. Und du brauchst eigentlich noch gar nicht wirklich helfen. Ich mach einfach eine Windscherbe bei der. Und kriegen beide wenigstens etwas Schaden. Gewalt kann halt keine, äh, Windtechniken. Sonst würde ich bei dem mit auf anzugehen. Ich glaube, ich wechsle Idun mal eben kurz aus gegen ihn hier. Weil der hat wenigstens auch Windtechniken. Wartet, ich habe aus der Vergangenheit gelernt, Windatmen ist besser als Sanma. Wenn es mehr als zwei Treffer sind, natürlich. Bei dreimal, äh, leichter Schaden ist besser als einmal mit Lacher. Das sind ja mal nicht besonders strong, die Viecher. So, ich habe jetzt keinen weiteren starken Windkämpfer, ne? Doch, Manangal könnte ich eben kurz für Gewalt reinholen. Dann könnten wir uns auf Ansu konzentrieren erstmal. Weißt du, es wäre schlauer, wenn einer erstmal weg ist, anstatt sich auf zwei zu verteilen. Ich kann ja danach zu Licht wechseln. So, Windatmen mal wieder. Ja, diesmal auch beide Treffer kassiert. So, Ansu wird jetzt hoffentlich sterben. Einen Treffer noch. Ich kann den Quetzter wieder auswechseln gegen Gewalt. Für einmal war der kurz gut. Äh, einmal, einmal kurz Megiddo. Kriegen beide den Schaden. So, und jetzt kann ich mich auf den da konzentrieren. Äh. Wieso bin ich tot? Der hat bei mir einen Insta-Kill gemacht, der Dreckige. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. So, Leute. Äh, ich hatte nicht zwischengespeichert, deswegen muss ich Black Forest im Nachhinein nochmal machen, aber ich habe mich jetzt erstmal auf diesen Kampf hier konzentriert. Ansu ist jetzt wieder neu tot und ich habe das Vieh vorher nochmal vergiftet. Zusätzlich habe ich vorher meine Resistenzen nochmal umgeändert. Man darf echt keine Schwäche gegen Licht oder Schatten haben, weil man kann Insta-Gekillt werden. Und das ist dreckig. Wirklich dreckig. So, Sammer ist jetzt hier nützlicher, weil Windatem trifft nur bei mehreren Gegnern mehr zweimal. So, dafür habe ich Räucherstäbchen bekommen. Sie hat Lichtresistenz gelernt. Na gut, dann würde Licht sie nicht umbringen, ne? Hm. Ja, komm, besser alle als ein. Und so hat sie wenigstens keine Schwächen mehr. So, Abzesse erledigt. Kurzunterhaltung. Feuermeister wahrscheinlich Kurzunterhaltung, dass man weniger an sich unterhalten muss. Ist jetzt meine Vermutung, aber wir sehen es ja direkt. Oh, Wunderlern. Kurzunterhaltung. Denn mit denen zu reden, kostet nur ein halbes Aktionssymbol. Okay. Also ist es leichter, mit denen zu reden, oder... Wie darf ich das jetzt verstehen? Ach, egal, ne? So, ich habe jetzt zu den normalen Techniken hier auch noch einen Meister oben drauf bekommen. Aber ansonsten hat sich hier jetzt nichts geändert. So, und wie ich bereits vorher erwähnte, muss ich die Quest hier nochmal neu machen, weil ich nicht zwischengespeichert hatte und jetzt nicht wirklich gerade Bock hatte, nochmal 10, 15 Minuten gegen Black zu kämpfen. Das mache ich oft gehen nochmal. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!